Hallo Leute und jetzt willkommen zu einem neuen Part von Days Gone. Wir sind an genau der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. 734 Tage vergangen seit der Scheiße, die hier auch passiert ist. So, wir müssen in die Hülle rein. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den Scheißpionieren. Ja, Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Orde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. So. Habe ich noch irgendwo was anderes zum Looten? Das will ich jetzt noch gucken. Looten ist wichtig. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Es wäre das erste Survival-Spiel, was... Ja, es wäre nicht direkt ein Survival-Spiel, aber trotzdem, wo Looten nicht scheiß wichtig wäre. So. Okay, sprinten kann ich gar nicht. Da hinten sehe ich irgendwas Rotes leuchten. Oh, das gefällt mir nicht. Nein, den kann ich nicht dran. Aber hier geht er auf jeden Fall. Wahrscheinlich darf ich keinen Kraft machen, oder? Da hinten war auf jeden Fall irgendwas Rotes. Ich hatte es genau da. Man sieht es. Sind das die Viecher? Da kann ich nicht. Kann ich hier vielleicht? Ey, kommt schon. Irgendwas muss ja in einem Truck drin sein. Da ist nichts drin. Ey, das gefällt mir nicht. Oh, ich habe die Hose jetzt schon voll. Bist du das? Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal. Wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg. Lass es... Lass es am Arsch. Scheiße, Mann. Du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist das wohl. Yay. Okay. Haut ab, haut, 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 haut ab. Mach die Sto-Twin nicht kaputt. Ich glaube, er ist tot. Denk an meine Flinte. So schaut es aus. Ja. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall so ein Nests jetzt ausgehört. Okay, Sarah ist tot. Alles klar. Aber wieso kann ich das jetzt nicht mehr looten? Der Heli ist wohl abgestürzt. Und da hinten... Ey, das rote Licht, das macht mich halt ein bisschen nervös. Oder ist das eine Alarmanlage? Was ist das denn? Okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade leise. Und das Auto kann ich nicht ran. Und das Auto kann ich nicht ran. Ich bin jetzt mal die Steuerung auf jeden Fall dann gewöhnt. Was haben... Alter. Ah, okay. Wenn ich drüber laufe, loote ich die dann, oder? Okay. Mir geht's aber nicht gut. Und ich würde gerne was zum Heilen herstellen. Okay, Skills, Inventar-Menü, Story-Menü, Inventory. Vorräte, Materialien. Schauen wir mal, was habe ich denn? Ich habe... ...dreimal Lappen. Aber kein Buß. Naja gut, ich habe einen Kumpel, der Buß heißt. Das heißt, ich kann noch nichts herstellen, oder? Benötigen Materialien? Nö. Nicht herstellbar, meine Freunde. Goal. Weil Lappen und... ...Sterilationsmittel. Das habe ich nämlich nicht. Bierflasche. Ich habe hier Lappen. Und das ist Kanne. Das da brauche ich. Habe ich aber nicht. Und so ein Med-Kit haben wir auch nicht. Ja, geil. Und ich habe fünf Karten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Weil ich bin bald tot. Wie man unschwer erkennen kann. Das Ding hat aber gerade noch Saft gehabt. Okay, 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 okay. Vielleicht funktioniert hier nämlich die Pumpe, Leute. Oh, nice. Schwarz. Schrott. Die Währung der Zukunft. Nehm Klopapier. Kann ich das aufbrechen? Jetzt kommt schon. Also das würde ich auf jeden Fall aufbrechen. Ähm. Okay. Ah, okay. So komme ich da rein. Und dann... Kann ich nicht. Material benötigt, genau. Gut. Und auf die und die Schrotze. Nice. Und ich glaube, auf R1 war das abrollen. Geil, da hinten geht's rein. Lasst mich raten, wo ich hin muss. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch. Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg freizumachen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung. Und war mich, wenn du was siehst. Gute Idee. Was könnte da schief gehen? Jetzt bin ich noch ein bisschen mitgekommen. Oh, nice. Ja. Pistolen und Flint-Munition. Flint ist auch voll aufgeladen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Ein bisschen Ammo. Ich gucke noch schnell, ob ich hier jetzt noch irgendwas kriege. Aber so wie das hier ausschaut, kriege ich maximal Herpes. Nicht mehr, nicht weniger. Okay. Ich kann mich im Übrigen grad nicht viel schneller fortbewegen. Und hier konnte ich nicht dann, ne? Ja. Ja. Und dann. Wir können das auch anders sein. Der blutigen Spur folgen. Naja, wenigstens kriegen wir... Wenigstens kriegen wir Zeug. Naja. Das war es auch schon, ne? Okay. Sterilisationsmittel ist wohl der heiße Scheiß. Oh, ich will nicht, Leute. Okay. Okay, die Tür versuche ich dann gleich aufzumachen. Boah. Komm, lass mich in du. Oh. Okay, 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 okay. Ich liebe es, die Spiele. Nein, mich hat es fast nicht gerissen. Hallo? Ist hier jemand? Oh. Lappen und verbannt. Sehr cool. Rentiert. Kann ich dir trauen? Ey, hier haben sich irgendwelche Leute versucht zu retten. Hat wohl nicht geklappt. Wenn ich jetzt raten müsste. Komm, ich stelle es auch gleich her. Ich glaube, ich habe jetzt sogar zwei. Ja, ich habe zwei. Ja, ich habe zweimal verbannt hergestellt. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Das ist gut so. Ich werde es brauchen, nämlich. Für was ich die Teile brauche, das weiß ich noch nicht. Boah, hat es mich gerade gerissen, als dieser Wichskopf aus der Tür rauskam. Und es war so klar, Leute. Es war so offensichtlich. Wenn ich jetzt dahin fummel, kriege ich Besuch? Okay, okay, das... Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Okay. Kann ich das ausmachen? Kommt da noch mehr? Habt ihr Freunde? Ich höre doch hier irgendeinen mit Schluck auf. Okay. Ja, da ist einer. Definitiv. Okay. Wo ist die Flinte? Okay, fuck. Ich will meine Flinte haben. Boah. Wieso kann ich meine Flinte nicht auswählen? Das ging gerade nicht, Leute. Oi, 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 oi. So. Einmal hier. Kurz hochheilen. Und sowas wie sprinten wäre halt auch echt nice. Ich habe gesehen, ich konnte hier was machen. Aber erstmal steigen wir über die Toten drüber. Ihr wisst das. Ich mag das einfach. Das macht mir Spaß. Das gefällt mir. Okay. Machen wir erstmal hier. Ich wollte wissen, wie stark die Gnade ist. Ist okay. Ist nicht gut? Ist okay. Ich bin das ungewohnt. Ich finde es total ungewohnt, dass so viel auf der Viereck-Taste ist. Und so wenig auf X. Oh, Teile, Leute. Für was auch immer, aber Teile. Nice. Wahrscheinlich kann ich damit irgendwann mal Waffen oder irgendwas modifizieren. Okay, da ist eine Türe rechts. Gutes Zeichen, oder? Da schaue ich gleich hin. Erst einmal hier gucken. Erst einmal gucken, Leute. Ey, was für ein Tunnel des Grauens. Ich sag's euch. Okay, kann ich? Nee, kann ich nicht. Aber die ist eh voll. Das passt. Lkw. So die Sprintfunktion wäre echt eine feine Sache. Okay. Ich zeig mal Balls und geh da rein. Auch wenn ich glaube, dass es eine dumme Idee ist. Hallo? Mr. Monster? Das brauche ich. Da hängt einer. Toll. Kann ich hier nicht mehr mitnehmen? Okay. Theoretisch sollte ich mich jetzt verpissen und nicht greedy sein und nicht in den nächsten Raum gehen. Aber ich werde in den nächsten Raum gehen. Und da werde ich einen auf den Sack kriegen. Okay, da kann ich durch. Hey, nö. Hey, alles easy. Ja, cool. Ja, cool. Da waren die Zombies jetzt mal gut drauf. Okay, da ist nochmal ein Weg. Schauen wir uns natürlich auch an. Ich schau euch das mal hier an. Hat irgendjemand Frühstück gehabt oder Mittagessen oder Früsten? Okay. Ich finde es cool, dass man hier direkt erstmal ein bisschen Amo kriegt. Das finde ich sehr, sehr nett. Die Frage ist, ob ich die Schrotze abdrücken darf hier. Ob ich mir die behalten darf. Okay. Bra, ich schau nochmal kurz da rein. Okay. Schaut gut aus. Da hinten ist irgendwas. Mein Spider-Man Sinn sagt, da kann ich was ab. Okay, da kann ich auch was abheben. Okay, Molotow herstellen. Herstellen. Motto. Kerosin. Okay. Das haben wir gleich. Motto, 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 wie bist du? Ablenkung. Messer. Molotow. Das sollte genügen. Okay. Okay. Ausgerüstet ist er. Bereit? Scheiße. Da kommen sie. Da spratzt die Soße. Hey, komm schon. Ja, okay. Da spratzt die Soße, Leute. Okay. So, mein Spider-Man-Sinn hat gesagt, dass ich hier noch was kriegen werde. Werde. Nehme ich mit. Direkt fertige Verbände. Das ist geil. Das nehme ich auch mit. Schwärmeruhr. Ich schneide hier Uhren ab. Was für ein kranker Wichser bin ich denn? Okay, ich kann in das Nest rein. Ist das eine gute Idee? Das ist doch niemals eine gute Idee. Hallo? Ist hier jemand? Nee. Okay, das haben wir abgeschnitten. Okay, ich glaube wirklich, wir können... Wir können raus. Ja, schaut gut aus. Ist da nochmal was? Ist da nochmal was? Ob, 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 ob. Und da... Was wollen wir hier machen? Nee, 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 nee. Wir hauen noch nicht ab. Machen wir gleich. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. So viel Zeit muss sein. Vielleicht hat das Feuerwehrauto nämlich noch irgend... Irgendwas brauchbar alles. Schaut aber nicht so aus. Okay. Gehen wir zu unserem dicken, dicken Boozerfreund. Ja, okay. Ein bisschen Ammo haben wir. Moment. So. Okay. So, mein Freund. Lass uns loslegen. Ich hab darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich mein ja so. Du musst von hier weg den Kopf freikriegen. Ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Yeah, Bruder. Das höre ich gern. Ja. Hört sich gut an. Wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Klassisches Computerspiel halt, oder? Never. Never, never, never. Da, deine Freakshow. Ach, du Scheiße. Alles voll. Ach, du Scheiße. Da wollen wir nicht hin, oder? Da wollen wir hin. Ja, die machen wir nicht hin, oder? Aber die erschießen sie auf jeden Fall nicht. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich? Ich geh einfach hinten rum. Den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauch nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil. Du kommst zurück. Wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt hab. Du willst wohl unbedingt drauf gehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Ach, du Huffall. Du hast recht geschaffen. Ernsthaft. Ach, kommt schon, Leute. So, damit sind wir aber am Ende des heutigen Parts, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euch einen Spaß. Bewertet das Video. Schöpfleist die Kommentare. Und wie immer. Abonnieren meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.